also ein block ist ein meter so ungefähr das war die fehlkürte genau mal hier runter hatte ich habe was einmal ich werde auch gerade fast runtergesteppt ja ja gar nichts ich weiß nicht wo ich hier unterfallen kann hast du noch das ist passiert einfach zu kiste ich kann nicht so wissen die luft schluss mal sachen weg komm her komm noch zu mir noch zu mir die rennen noch nicht weg ich muss mich übergehen die geacht mit märkissen sachen sachen raus würde erst mal mich um die rüstung kümmern sicher also mehr oder weniger wenn was ich brauche ist ach so ich habe doch ich habe noch ja das hatte ich vorher nicht das hatte ich nicht genau das scheiß sie gerade weg was kommt mir da rein ich wollte deine brote ist noch in der kiste weil was deine brote ach kein brot wo sei nicht mal ganz fleisch gemacht und die daher hier ist auch noch zu einer kiste also was einmal so jetzt muss ich erstmal wieder sortieren wir sind eng hier ja der eng kann normalerweise gut sein aber jetzt gerade irgendwie nicht so ok ich bin so nach legendär jetzt mal schauen ob die aufnahme läuft wenn man jetzt natürlich wieder fail aber die aufnahme läuft ja natürlich nicht so geil ja schon 43 minuten vielleicht ein paar ein bisschen weniger weil wir vielleicht 1-2 sekunden meine fackeln sind weg ich habe keine fackeln mehr im oven ist auch ein bisschen kohle kannst du die helfe ausnehmen aus dem ding dann kannst du die neue fackeln machen die ist auch ein bisschen sticks drin ich habe eine schaufel glaube ich ja ich hätte ich gut getroffen so ich bin wieder ausgerüstet brauchen wir noch irgendwas hier drin das holz mit sticks nehme ich noch mal mit redstone nehme ich mit wie viele redstone hast du im inventar 1,2,3,4,5,6,6 du kannst ja auch redstone blöcke machen dann brauchst du nicht so viel platz im inventar ah das stimmt du kannst auch mit dem lapis machen wenn du so viel lapis hast ich weiß nicht wie viel du hast du hast nämlich alles an lapis und redstone im inventar deswegen wie viel level hast du jetzt eigentlich verloren warst du schon oft dabei ne waren über 30 ah scheiße hallo da aber jetzt immer redstone wenn du das alles abbaust dann kriegst du auch ein gut level ja das stimmt werde ich auch machen ich lasse ja auch mal das hörst du einfach mal liegen damit du das abbauen kannst aber jetzt machen wir auch diese lapis blöcke dann habe ich den nämlich auch noch mal ein bisschen gespart im inventar direkt mehr platz da ist es braucht doch keine sau da wo ist die wo ist die da äh ich glaube das ist redstone wie war ich einer wenden und auf dem boden überrückt son hallo hallo hey Hallo da! Du Nutten-Skelett! Ich will mich aber hart haben. Ich habe sogar völlig angelaufen. Hallo da! Moin! So, wie hab ich... Wie hab ich noch mal in den weggenommen? Hallo da! Hallo da! Nee! Nein, das war es auch nicht. Ah, das da! So! Brauch ich ja jetzt nicht mal zu sehen, wo ich gestorben bin. Hallo da! Hallo da! Hallo da! Und durch die paar Redzone, die ich abgebaut habe, bin ich schon wieder Level 5. Nur die Frage ist halt... Wen juckt? Nice! Das war mal wieder so dämlich noch. Der Tod? Ja, der Tod. Ich find's geil, hab ich einen weiteren Clip. Hallo da! Du bist doch gar nicht gestorben, ne? Schon unfair, sollte man mal dafür sorgen. Bye, have a good time! Bitte jetzt hier einfügen, danke! Bye, have a great time! Bye, have a great time! Will ich eh vergessen? Was sagt der einen Bray da eigentlich? Michael Bray? Ja, wenn man so fällt, dieses... Nein, hab keine Ahnung. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich... Halte das alles nicht mehr aus. Kannst du das bitte nochmal genauso machen? Wieso? Braucht da jemand einen Clip? Der sagt, bye, have a great time. Also, chill out, hab eine schöne Zeit. Achso, ich hatte immer gescheinend so... Nein, hab wohl keine Ahnung was. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Aber bye, have a great time, macht natürlich Sinn. Du bist so ein MBC, Alter. Alter, bist du scheiße. Das macht natürlich mehr Sinn, als ob es ich davor verstanden habe. Oh, Dias. Der freut sich. Also, das war ja so... Also, das war ja richtig... Oh Gott, war das unangenehm. Ich hoffe, dass es dir auch unangenehm ist. Ich hab irgendwas immer mit Nein da gehört. Ja, fast. Ja, aber zwischen bye und nein ist ja kein großer Unterschied, ne? Nö, gar nicht. Ich kann das selbe Wort. Wollte ich schon sagen. Das ist fast das selbe. Hat doch die selbe Bedeutung. Ne? Wo ist die hier im fucking da vorne? Hallo da! Hallo da! Wir haben die Kohle aus dem Ofen nicht genommen, oder? Hallo da! Hallo da! Da war noch über ein Sekol... Äh... Ja, fast ein Sekol noch drin. Soll ich mir am besten nochmal mitnehmen. Moin! Servus! Moin! 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 Da ist noch ein Diamant. Ich hab noch irgendwo noch ein Diamant gesehen. Ja, ich bin gerade ein bisschen so um Monster an zu kümmern. Ich weiß doch gar nicht, wo du bist. Ja, keine Ahnung. Ich hab Monster High hier gerade. Deswegen gehe ich hier gerade überall hin, um irgendwo Redstone abzubauen und schnell wieder ein Level zu kommen. Moin! Servus! Moin! Digga, woher kommt ihr alle? Aus dem Anus... meiner Freundin. Glaub auch langsam, Digga, so wie die aussehen. Ich hab die Facecam auch mal nach links gepackt. Weil... Willst du nicht mal rechts sein? Hm... Ich weiß nicht. Ich glaub, das sieht für mich so besser aus, weil ich mehr nach links gucke als nach rechts. Ja. So, das Ding ist, ich seh in den Kopf. Aber deswegen weiß ich noch nicht, wo du bist. Ich bin richtig weit oben. Ich guck mal gleich wieder runter. Guck mal noch ein bisschen los. Ah, komm mal runter auf mein Niveau hier. Ich wollt' sowieso sagen, dass wir so langsam mal wieder nach oben gehen, weil... Mein Evertrag ist auch schon fast voll. Ja... Ja... Ich weiß nicht, dass das Sinn macht. Ich weiß gerade nur, wo... Und wie. Also wie ist klar, aber wo. Ich hab' noch ein bisschen Eisen mit. Ich hab' jetzt echt viel Eisen mit im Winter, alter, holy shit. Die sieben Diamanten, die hast du hoffentlich auch gesammelt, ne? Ja. Ich hab' jetzt 36 Dias. Ah, war okay die Ausbeute. Hatte aber mehr sein können, ne? Ich hatte echt viel Pech mit der Spitzsacke gehabt. Also ich hab' echt teilweise aus einem... Ich glaub' mit drei Monaten da hab' ich nur ein Tier rausbekommen, wo ich Glück drei hab'. Was schon bodenlos zu sein. Wait a minute. Ah doch, da. Ich wollte als kurz sagen, meine Diamantspitzsacke ist weg, aber doch nicht. Wäre nämlich sehr belastend gewesen. Aber Eisen haben wir jetzt auf jeden Fall auch wieder eine Menge. Ich hab' Platten auch schon vorher noch von Eisen, aber... Ja, deswegen waren wir letztes Mal in der Höhle, weil wir nicht... Naja. So, ich bin jetzt da, wo wir damals runtergegangen sind. In diese Mega-Höhle. Ah, ich seh' dich doch. Direkt neben dir. So, doch? Ich hab' den Namen gesehen. Ey, ich seh' den Kopf, aber... Ach, hier unten. Komm' mit dir um, geht's raus. Ich schalte da auf die Kohle in dem Ofen. Oh mein Gott. Diese Höhle ist so fett, Alter. Aber ich hab's dann in den letzten zwei Videos und auch mal hinbekommen, mit dem Zoom-Effekt zu arbeiten, von Premiere. Ich muss die anderthalb Parts noch nachholen von dir. Ich bin jetzt bei 24,5, glaub' ich. Anderthalb? Ja, ich bin bei 24... Ach du Scheiße. Waren wir da unten? Äh... Glaube, ich kann mich hier... Lava ist ja eigentlich... Lava so, ja, Alter. Also, ich... Oh mein Gott, hier war ein Creeper. Hinter dir. Hello there. Haha. Ne, ich hab' hier waren wir auch noch nicht. Ne, das ist überall, das ist alles komisch, aber ja, Wasser war vorher. Wie geil ist das denn? Hello there. Oh! Moin, Creeper. Nehmen wir nur das Eisen mit. Oh ne, der Wand ist überall Eisen. Äh... Nimm's mal mit. Kann's auch mitnehmen, wenn du willst. Ich nehm mir gerade lieber mal das Red Storm mit. Für die Level. Ego ist. Spaß. Was für Ego ist es denn? Du hast nicht, äh, 30 Level verloren? Doch, mal verzaubern. Meine Erde ist auch weg. Äh, die habe ich hier. Ah, kann hier die Knochen weg. Wusste doch, dass sie noch irgendwas hält. Knochen kannst du mehr geben. Zack. Der liegt hier in der Ecke. Habe ich ja. Ja, was ist das hier für eine Höhle, Alter? Er hat überschwemmt mit Lava und mit Wasser, Alter. Das sieht aber mega geil aus, Junior, Alter. Das stimmt, aber es ist auf jeden Fall wild, hier. Wie ist es nochmal für dich? Lass es nochmal für dich übrig. Ja, danke. Zombie. Die geht ja immer sehr weit fliegen. Ja, weiß nicht. Vielleicht ist das Red Storm hier für mich übrig und dann... Ja, da ist doch noch was. Das ist noch dir vor allem. Hier, das wird's doch, meine ich. Du, Bot. Ja. Ja, nur ein Dir. Es ist langweilig Scam, Alter. Hältst du mich mal machen lassen? Wir haben bestimmt zwei rausgekommen. Ich muss mein Trinken öffnen. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich auch noch nicht sehr viel getrunken habe und das merke ich langsam, weil ich ein bisschen Kopfschmerzen kriege. Nicht viel trinken bei dem warmen Wetter ist nicht gut. Ja. Ich wollte echt nicht dich schlagen. Ich war durch das Gäste schlagen. Wenn du mich jetzt hier steckst, ist mir du das alles wieder was stehen fort. Ich glaube. Wenn ich jetzt nicht schlage, dann würdest du erst mal 8 Meter wegfliegen. Wenn man ein geiles Rückstoßschwert. Welch eine Kopie da irgendwas ist, aber hier ist es nicht mehr. Da vorne ist doch Lapis. Ja, scheiße, das Lapis. Da vorne ist doch das, äh, Eisen. Bro, ich habe fast 4,6 Eisen im Moment. Ja, okay. Wollte das erste wieder ausreichen. Ich habe, wir haben eh noch genug Eisen zu Hause, die noch ein bisschen Eisen gehabt, deswegen lassen wir das mal hier rausgehen. Ich muss mir auf jeden Fall, wenn wir wieder zu Hause sind, neue Schuhe und neue Brust machen. Hallo da. Was ist denn da gerade geflogen? Der Creeper ist echt weit geflogen. Ich krieg dir auf einmal einen Creeper. Ja, der hat ein bisschen sehr viel Red Bull getrunken. Aber auch nur ein bisschen, ne? Ich habe jetzt was er gemacht hat. Ja, komm hier. Ich freue mich schon, wenn wir hier wieder raus sind. Ich glaube, hier geht es auch langsam raus. Oh, ne, gar. Besser wäre das. Wir sind auf jeden Fall schon auf Höhe 11. Über 0, ja. Moin. Servus. Moin. Sorry. Alles gut. Hier konnte ich da zum Glück nicht so weit wegfliegen. Ich würde mich verarschen. Ja, schon mal hier oben bis oben. Ja, dann. Ich sehe zwar gar nichts. Ah, da. Ich sehe es. Ich sehe das Ende. So, wo ist jetzt die Base dahinter? Oh, oh, oh. Natürlich bin ich immer wieder nacht. Was denn auch sonst? Warum sollte es denn Tag sein, wir in der Höhle waren? Ich würde sagen, wir haben das Leben raus geschafft, aber wir sind ja auch einmal ein, zweimal gestorben. Oder einmal du, eher gesagt. Einfach durchgehen. Ich habe keine Bock auf die ganzen Viecher. Ja. Na ja. Eigentlich wäre ich hier nicht gestorben, wäre dann feinlich gekommen. Oh Gott. Oh Gott. Du hättest nicht reingelaufen. Kannst du oder so sehen. Oder du hättest einfach das Schwert benutzt. Oder du hättest einfach das Schwert benutzt. Oder du hättest einfach das Schwert benutzt. Du bist, ich weiß es nämlich gerade nicht mehr. Ich, äh, auch nicht. Ich war auf einmal tot. Ich war so am Kämpfen. Ich habe einmal bin ich tot. Wie viel Schaden habe ich dir gemacht mit dem Fall? Weißt du das noch? Ich glaube, du machst mir so mit einem Pfeil, glaube ich, so zweieinhalb Herz. Wenn du das machst. Ich stecke zwei Bogen halt, ne? Ich glaube, du machst mir zweieinhalb. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Ey, bist du so schnell nach vorne gekommen? Ich brauche mir auch ein neues Schild, weil ich zu Hause bin. Ich bin einfach durchgerahren. Ich habe nicht gegen einen Monster gekämpft oder so. Ich bin einfach durchgelaufen. Ich auch nicht, aber du bist, äh, ohne den Berg herumgelaufen, kann das sein? Ja, ich hecke. Ja, ja, ich bin nicht auf den Berg gelaufen. Völlig doof. Ich meine, du bist Marvin. Ich weiß schon, dass du auf den Berg gelaufen bist, ne? Ich bin über den Berg gelaufen, ja. Ich habe noch einen Enderman gekämpft, aber der hat da nichts gedroppt. Hast du die in der Perle? Ich... Äh, ja. Okay. Hey, ich höre gerade auf einmal nur Enderman-Geräusche. Ich habe gerade eingekehrt, deswegen... What the fuck? Ist hier links unser Dorflager da? Ja. Hier links? Bei den Bergen, ja. Blau von den Bergen kommen wir. Wir sehen uns ein bisschen, also, oder? Und da, wenn alles! Wir sehen uns zu gehen. Und da. D sure?